Bist du bereit, deine Annahmen und Vorurteile über das Verhalten anderer in Frage zu stellen? Kannst du es ertragen, deine falschen Vorstellungen aufgedeckt werden? Dann bist du hier genau richtig. Und wenn du es bis zum Schluss anschaust, wirst du nicht nur über drei Themen Bescheid wissen, sondern auch noch persönlich von mir Erfahrung mitbekommen. Nun, yes, ich finde es grossartig, dass du heute dabei bist bei diesem provokanten Thema, weil mir geht es wirklich darum, dass wir flexibel im Profiling bleiben. Und wie wir das erlangen, das werden wir heute nämlich genauestens im Detail anschauen. Und dazu nehme ich gleich einen Schluck Wasser. Schauen wir, wieso ist es eigentlich wichtig für uns? Im einen, dass wir uns Sicherheit aufbauen, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass das unser Zuhause ist und wir uns da in Wohl fühlen, Harmonie ausgestrahlt werden, Glücklichkeit und Liebe. Aber im anderen haben wir gerne Erfolg, wir haben gerne etwas Neues zu kreieren, wir haben gerne, dass wir unerreichbar vielleicht für andere Menschen sind, dass wir etwas entdecken, das grossartig, das einzigartig ist und uns einfach in unserer Authentizität polarisieren. Und du denkst wahrscheinlich, ja, das will ich, das ist ganz normal, das soll so sein. Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen und das ist eigentlich Schizophrenie. Weil im einen sind wir gerne in unserer Komfortzone und fühlen uns da wohl. Aber da drinnen kannst du eben all diese Sachen sein, wo ich jetzt als zweites gesagt habe, nicht erreichen. Und du siehst jetzt auch, es spiegelt das wahrscheinlich auch, dass dieser Erfolg in all diese Sachen, das ist eigentlich anstrengend. Das ist out of Komfortzone. Also wir müssen aus dieser selbst geschaffenen Bubble raus, dass wir das erreichen können. Weil wenn wir das nie tun, werden wir das auch nie bekommen. Und da spielt eben die Flexibilität, das Profiling rein. Und du wirst jetzt auch sehen, warum das Profiling einer der tiefstgründigsten und effektivsten Persönlichkeitsentwicklungen ist, wo du ever gedacht hast. Und genau, da ist eben auch der Schlüssel für deinen persönlichen Erfolg. Und wie du weisst, habe ich ja dazu ein wunderbares Online-Training gemacht, wo du unter und drauf drückst, gleich für dich anschauen kannst. Jetzt geht es darum, dass wir den ersten Punkt anschauen. Ich habe mir hier einige Sachen herausgeschrieben und ich möchte gerne die Flexibilität im Profiling anschauen. Weil das ist ja nichts anderes als ein Konzept des Wandels, wo wir uns Notwendigkeit und Flexibilität auch aufbauen, dass wir eben auch in die Veränderung kommen. Und du wirst auch sehen, deine Umwelt, deine Person werden darauf reagieren. Denn dies kann ja auch im Profiling unterschiedliche Annahmen auch wegnehmen. Ja, jetzt habe ich es auch hinbekommen. Aber alles okay. Das bedeutet, im Profiling ist es wichtig, dass wir flexibel bleiben. Warum ist es so? Weil, das erzähle ich immer wieder und das hast du auch schon viele Mal gehört, weil alles im Profiling auf eine Situation aufgebaut ist. Und wenn wir jetzt in den Aussen mal schauen, in der Natur, da wirst du auch relativ schnell sehen, die Natur ist ja auch da, dass wir permanent eine neue oder eine andere Perspektive bekommen. Wir haben auch diese vier Jahreszeiten, Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Das ist eine permanente Veränderung. Ein permanenter Wandel. Und nur wir Menschen haben ab und zu das Gefühl, dass wir diese Starrheit brauchen. Also einen Petonklotz, dass wir das erschaffen, auf einem flexiblen Untergrund. Und wir haben dann die Illusion zu glauben, das ist jetzt sicher und das ist safe. Ja, für eine gewisse Zeit schon, aber permanent dieses Arbeiten von diesem Hin- und Herziehen wird halt diese statischen Sachen defekt machen. Du siehst ja auch, in der Schweiz haben wir ja die Berge, haben wir das Gebirge und da hast du permanent ja auch diese Steine, die runterkommen. Du hast auch permanent diese Gefahr, dass dich ein Stein treffen kann. Und man hat da zum Teil das Gefühl, ein Stein ist statisch, ist steif. Aber wenn du jetzt auch siehst, dass permanent Stein runterkommt, weisst du auch, da brodelt das da unten. Da ist nie was statisch oder steif, sondern das ist ein permanenter Fluss. Und deswegen bröckeln ja auch permanent solche kleinen Steine runter, die dann eben auch dich treffen können. Und so siehst du auch, nicht einmal die Gebirge sind für immer da. Nein, die sind in einem permanenten Wandel. Und wenn wir jetzt die Information mitnehmen, um Menschen zu analysieren, dann werden wir relativ schnell sehen, dass jeder Mensch in unterschiedlichen Situationen immer wieder anders reagiert, obwohl der Mensch eigentlich das Bedürfnis hat auf Beständigkeit. Wir Menschen sind ja auch ein Gewohnheitstier. Wir sagen das ja auch, Menschen sind Gewohnheitstier. Sie haben gerne immer wieder geregelte Abläufe. Übrigens, die Kinder, wenn du das nicht glaubst, schau mal, die Kinder, die Kinder lieben das, gewohnte Abläufe. Keiner hat gerne Veränderung. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir lernen, flexibel zu denken. Anpassen an Situationen bedeutet dann nicht, dass wir unterwürfig sind. Das bedeutet, dass wir uns an die Situation anpassen, damit wir darauf operieren können. Und da wurde ich 20 Jahre geschult, im dynamischen und komplexen Umfeld zu leben, zu betreiben, zu beherrschen, damit ich das auch kann. Wenn du in Kritikstition gehst und das Gefühl hast, du bekommst hier eine Umwelt, die immer gleich ist, dann ist das die grösste Illusion, dann bist du tot, du wirst von einer Kugel getroffen. Also jede Entscheidung, sofort immer fern, es ist immer alles anders und immer neu aufzubauen. Und das behält einen frisch, einen jungen. Und das ist eben auch das Bedürfnis eines jeden Menschen. Wir möchten auch authentisch sein. Wir möchten auch eigen wahrgenommen werden. Und aus diesem Grund ist der erste Glaubenssatz, der erste Punkt im Profiling, jeder Mensch ist dynamisch. Jeder Mensch ist flexibel. Jeder Mensch ist eigenständig. Also beginn doch auch da, nicht Körpersprache zu lernen oder Gesichtsanalyse, weil da gehst du von Anhaltspunkten aus, die man anscheinend so wahren und musst Sachen auswendig lernen. Ich habe auch Hypnose, ich bin Hypnose-Trainer. Ich habe ja auch die Ausbildung gemacht für Mondsterne und diese Konstellation. Und da musste ich am Anfang auch Sachen auswendig lernen, dass wenn Fall X eintrifft, soll das Y bedeuten. Das ist ja nice. Mich hat es nämlich schnell genervt, als ich gesehen habe, das trifft Menschen zu, aber nicht immer super genau, weil jeder Mensch die Fähigkeit hat, sich selbst zu Entscheidungen zu treffen. Und das ist einer der grössten Unterschiede. Also wir dürfen hier wirklich flexibel sein. Und das war mir wichtig, das war bei Punkt 1. Punkt 2 gehen wir weiter. Vermeidung von Annahmen und Vorurteilen. Denn das Konzept der Illusion und Leitensfähigkeit betont die Notwendigkeit von Ausnahmen und Vorurteilen zu vermeiden und sich stattdessen für auch die tatsächliche Sache zu bekümmern, wo eben da sind. Also eine Annahme ist ja nichts anderes als man nimmt an, dass es so ist. Aufgrund von dem haben wir auch gleich Vorurteile. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen hinein, dass du es auch verstehen kannst. Ein Mensch reagiert auf Auslösereize. Und Auslösereize kann zum Beispiel so ein Bild sein, wie du gerade siehst. Da bin ich drauf, da lese ich Menschen von einem Bild. Das wirkt auf dich. Und wenn du durch Social Media gehst, wie hier auf dem Handy, zum Beispiel bei TikTok diese Filmchen anschaust, bei Instagram diese Reels, bei YouTube diese Shorts, sind alles die gleichen, es heissenhaft überall anders, dann passiert dir Folgendes. Du reagierst auf das. Denn so ein Bild oder ein Mensch, wo du physisch starrst und begegnest oder eine Stimme, die auf zu dich kommt oder irgendwo ein Geräusch, das kommt in Schwingungen und Wellen zu dir. Elektrostatische Ladungen kommen zu dir. Und das trifft auf deinen Körper. Diese gibt deinem Körper Reize. Und das zeigt dir Emotionen und Gefühle. Es geht dann sofort ins Hirn hoch. Und im Hirn spiegelt es dir Bilder oder Videos von vergangenen Erlebten, wo dann zutreffend sein könnte oder einfach ähnliche Sachen sind. Und das generiert dir dann wieder ein Gefühl. Und du hast dann die Möglichkeit zu entscheiden, ist das die Wahrheit oder nicht. Die meisten Menschen machen unbewusst, ja, das ist jetzt so. Und somit hast du bereits schon Vorurteile. Also wir haben auf alles, was kommt, haben wir bereits ein Vorurteil. Wegen dem ist jetzt wichtig, dass wir eben das nicht mehr haben. Und auch da greift das Profiling an. Wir müssen lernen, uns selbst zu verreflektieren, mit unserem Ego so gut zu kennen, dass das eben nicht passiert. Und wir sofort das Gefühl haben, ach, das ist ein Prolo, ach, das ist ein Arsch, das spielt ja nur mit seinem Geld und der meint es gar nicht ähnlich. Nein, hört auf mit dem, sondern nehmt die Sachen auf, so wie sie sind. Und das ist eben ganz schwierig, weil dieser Ablauf, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der passiert automatisch. Der passiert bei jedem automatisch. Und da trappen wir halt sehr viel in die Falle rein. Wegen dem ist mir, habe ich dann auch gesagt, hey, lasst uns doch über das Thema Selbstsabotage reden. Meinst du, das ist ein pures Selbstsabotage? Und sobald wir das begonnen haben, habe ich gemerkt, hey, das hat ja zu tun mit unseren normalen Abläufen. Das sind Gewohnheiten. Also lasst doch die Menschen mal informieren, was sind Gewohnheiten und wie kommst du da raus? Habe ich dann auch einen eigenen Online-Kurs gegründet, das findest du alles in der Profilerakademie. Dass du auch diese Mechanismen verstehst, diese Schnittstellen und eben auch die Umwelt, dass wir von dieser Vermeidung von Annahmen und Vorurteilen eben abweichen können. Und wenn du jetzt das alles eben nicht gemacht hast, dann bist du hier voll drin. Und das ist pure Selbstsabotage. Oder Menschen machen das absichtlich mit dir und dann wirst du manipuliert. Ohne, dass dir das bewusst wird, ohne dass du Einfluss hast auf dein eigenes Leben, wird dir vorgegaukelt, dass das so sein muss und du checkst das nicht einmal. Wegen dem bin ich auch hier, wie es ein Real Talk ist, dass du verstehst. Das erste Punkt, Profiling ist der Schlüssel für deinen Erfolg. Weil wir auf Auslösereiz reagieren und du automatisch Annahmen und Vorurteile triffst, wo dir gar nicht bewusst ist, weil es Schwachpunkte in deinem persönlichen System ist. Das ist dein Mensch. Das ist dein Ego. Und somit siehst du, du hast nie gelernt, damit umzugehen. Beginn jetzt damit zu lernen, wie der funktioniert. Dieser wunderbare Körper, diese wunderbare Porsche-Ferrari, die du hast. Oder auch ein Lamborghini. Du weisst gar nicht, was du hast, was dann noch viel mehr möglich ist. Ich will es gar nicht allzu lange in die Länge ziehen. Jetzt gehen wir gleich zu Punkt 3. Doch bis es so weit ist, nehme ich noch einen Schluck Wasser. Also, regelmässige Überprüfung von Aktualisierungen habe ich da aufgeschrieben. Und das ist der dritte Punkt, wo wir jetzt eben schon beginnen, unseren Mechanismus ein bisschen zu durchbrechen. Ich weiss, ich weiss. Da draussen wird immer erzählt, dass wir alles vollautomatisiert machen müssen. Dass alles vollautomatisiert läuft. Du kannst Geld verdienen, in den Bahamas liegen, in den Geiprinner schlürfen und auf dein Handy schauen und schaust, wie du das verdienst. Ich baue mit den Menschen das permanent auf. Vollautomatisierte Sachen. Marketing. Geld, wie du das Geld verdienst, uns und uns. Und das stimmt schon. Du kannst in den Bahamas liegen, in den Geiprinner schlürfen und auf dein Handy schauen und schauen, wie da Geld reinkommt. Aber du musst es verstehen. Davor mussten wir etwas erstellen, dass das passiert. Und mit jedem, das ich jetzt erstelle, sagt mir, Alex, ich wusste gar nicht, dass das so viel Arbeit ist. Was muss ich das auch noch tun? Und das auch noch. Aber jetzt hör doch mal auf. Sag ja, bevor du überhaupt in den Bahamas liegen kannst, in den Geiprinner schlürfst, musst du etwas tun, dass das passieren kann. Und das bedeutet halt Arbeit. Das ist, du musst etwas erstellen, das die Menschen dann gerne haben. Das ist ein Mechanismus, wo wir einsetzen dürfen. Und ich habe heute in den Live-Community-Calls mit Roger gesagt, er will übrigens jetzt auch Coach werden. Er hat sich bei den Greatest angemeldet. Übrigens wunderbar, dass ihr ihm das auch beibringen dürft. Er hätte auch zu mir kommen können, aber er ist lieber bei euch. Und habe jetzt die ersten Schritte gezeigt. Und er hat etwas Wunderbares in sich drin. Ich will gar nicht zu viele eingehen. Dazu hilft ihr den Roger selber kennenlernen. Er nennt es Krankheit. Und er hat gesagt, Roger, geh mit diesem Thema raus. Das ist seine Nische. Von dem geht es nicht viel. Und starte damit. Und heute übrigens gleich starte mit dem Podcast. Und erzähle mal, wie du damit umgehst. Und er sagt, ja, weisst du, ich werde es zuerst mal lernen und dann später einen Podcast machen. Da habe ich gesagt, hast du gewusst, dass ein Podcast zwölf Monate braucht, bis er mal stark wird, bis er dann mal einen Kunden abwirft? Weil du hast das Gefühl, du lässt dich jetzt ausbilden, nimmst ein Jahr Zeit und dann nach dem Jahr stellst du hin und ein Schild auf, ich bin jetzt Coach, könnte es kommen. Und dann hast du das Gefühl, die kommen. Die kommen nicht, weil jetzt wirst du dann noch einen Podcast starten und dann wartest du wieder ein Jahr und dann wirst du wahrscheinlich gleich sagen, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, das stimmt. Also starte heute. Weil bei der Automatisierung ist eines der wichtigsten Punkte, dass wir uns ständig, permanent überprüfen. Warum ist das so? Weil wir bei Punkt 1, ich es dir auch gesagt habe, wir einen Mechanismus haben, wo wir permanent flexibel sein müssen, weil wir auf einer Welt sind, die sich permanent verändert. Und aufgrund von dieser Veränderung wird das dein einmal erstelltes Produkt, das dann vollautomatisiert rausgeht, immer wieder in die Veränderung kommen und schlussendlich eigentlich nichts verkaufen, weil die Menschen dann diese alte Quatsch nicht haben möchten. Also dann wirst du auch hier permanent neue Sachen reinschütten dürfen, dass du den Menschen auch erreichst, da wo sie gerade stehen, das ist nämlich in der Veränderung, und sie abholen. Und das vergessen ganz viele. Und wegen dem ist es auch wichtig, wenn du dann in den Bahamas bist, ein Geibbier innerschlürfst, immer wieder auch dein Laptop dabei hast, um neue Sachen reinzutun. Weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und da rede ich wirklich von Erfahrung, wir haben im Militär ganz viele vollautomatierte Sachen gehabt. Aber jedes System musste von einem Menschen überprüft werden, ob das stimmt, was jetzt der Output ist. Und erst dann wurde es systematisch aktualisiert oder aufgenommen. Und das wird dir halt nie erzählt. Und du siehst, das ist im Mensch drin. Wir möchten Veränderung, wir möchten regelmässige Überprüfung haben, weil wir es auch mit Punkt 1 und Punkt 2 in Verbindung haben. Und so du aber auch siehst, nur das kann schlussendlich erfolgreich sein. Also lerne heutzutage das Profiling, weil es wird Schlüssel für deinen persönlichen Erfolg haben, nur bezüglich jetzt auch Flexibilität und Profiling, dass wir die Veränderung erkennen und Massnahmen oder Annahmen direkt vermeiden können. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann abonniere gleich meinen Kanal, hör dir meine Episoden an und ich finde es grossartig, dass du heute dabei bist. Dein ist Profiler Alex Forscher und wünsche dir einen grandiosen Tag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020